Okay, dann sind die Äffchen wieder da. Ihr müsst das unbedingt kaputt machen. Sonst kommen die immer wieder. Ich hab die Roten ausgesendet. So ein Scheiß. Klar, dass sie mir alle Roten kaputt machen. Jetzt wird's ein bisschen aggressiv hier. Wir haben keine Roten mehr. Naja, doch. Kaputt machen, sonst kommen die wieder. Infiltrieren. Das schafft ihr schon. Kämpfen. Oh Mann. Nur noch einen Roten. Ja, die sind echt... Gemeinsinnig. Ein kleiner Ruckler. Und auch diese Aufgabe haben wir jetzt gemeistert. Ihr habt es geschafft, großer Herr. Die Tore öffnet sich. Ich hab nicht mehr neune sogar. Äh, zähne. Brauche ein paar wieder. Die andere waren noch so geschwächt vom anderen Kampf. Das war ja klar. Da ist noch einer. Und weg bist du. Was gibt's noch? Schade, die Musik ist weg. Die war so cool. Rote braucht man nicht mehr. Rote braucht man nicht mehr. Und dann auch die Lebensenergie einsammeln können. Sollte normalerweise möglich sein. Okay. Schauen wir mal, dass wir hier rauskommen. Jetzt müssen wir mal, glaube ich, hier gucken. Zurückfahren. Zurückfahren. Ich hab nicht vorwärts. Zurück. Falsche Taste. Ja, ich weiß. Der Overlord. Der verwechselt gerne die W und die S-Taste. Ich weiß jetzt nicht, ob ich von hier hin kommen kann. Muss ich erstmal wieder gucken. No. Komm ich nicht. Ja, ja. Zauberers kämpft. Lächerlich. Der Zwei-Schlag-Instrumente. Eine Heugabel. Und zwei Schläge. Wo haben wir das jetzt gesehen? Wo müssen wir da hin? Das ist eine teure Frage. Irgendwie in die goldene Mitte muss ich. Schauen wir mal. So nicht. Machen wir mal ein bisschen Dampf hier. Vielleicht geht wenigstens der Scherbenzauber. Den könnte ich schon brauchen. Den hab ich jetzt hier irgendwo dann gesehen. Muss es hier irgendwo eine Möglichkeit eines Einganges geben. Mein Schiff ist immer noch da. Gucken. Das ist mal die weg. Ah, jetzt hab ich's gesehen. Da muss ich durch. Ah, da leuchtet was. Oh, die können wir nicht aussammeln. Schade. Jawoll. Wir sind jetzt hier richtig. Hier können wir nicht durch. Aber das hier können wir mitnehmen. Ich hoffe. Hallo, nehmt es mal mit. Hallo. Ja, irgendwas funktioniert jetzt grad nicht. Schauen wir mal, ob ich jetzt alle nehmen muss. Jetzt? Hallo. Ich mache euch Beine. Ich mache euch Beine. Ihr Hundskrippel, ihr kreislichen. Hallo. Okay, wir fahren weiter. Ja, ich könnte. Auf was wartet ihr eigentlich? Ja, was wartet ihr eigentlich? Ah, jetzt kriege ich die alle wieder. Genau vier vielleicht. Sie haben sich bewegt. Oh, Hilfe. Ach, Gottes Dankes. Ein Erfolg. Also, ich bitte euch. Also. Sie haben mich wirklich echt verarscht. Okay, jetzt möchte ich noch hier irgendwie rauskommen. Ach, Overlord, das ist schon Schwieriges los mit dir. Boing. Das ist eine, unser eigenes Schiff hier. Das stört hier irgendwie so. Steht so mitten in der Pampa. Ich möchte jetzt nicht noch einmal diese Mädels haben, eigentlich. Oh, das sind ja nur zwei, oder? Na? Die Musik ist ja schon paradox, ne? Es klingt so friedlich. Dam, 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 dam. Jetzt hole ich das andere noch. Also, das möchte ich schon noch holen. Das müsste ja eigentlich klappen. Oh, schaut gut aus. Sehr gut. Holt das bitte. Nochmal. Super. Wie viele? Noch einer. Und weh. Es funktioniert nicht. Jetzt müsste man 30 befehligen können. Mit dieser neuen Befehlsaufwertung könnt ihr mehr Schergen herbeirufen, die Heldekraft für euch sterben. Wunderbar. Jetzt holen wir mal das andere nochmal ab. Also, es ist doch nicht zu glauben. Wo bin ich hier gelandet? Und die Ruder auch noch durch die Steine durch. Ich glaube, ich spinne. Also, das geht jetzt nicht, oder wie? Ich kann meine Segel durch die Steinmauer backen, ja? Aber durch einen Baum. Ah, ich liebe es. Wenn etwas funktioniert. Gleich fahren wir durch. Das schaffen wir schon noch. Das muss ich einfach schaffen. Es tut mir leid. Aber sowas lasst mich halt nicht in Ruhe. Wenn es schon so schön klappt, dann muss ich mich da rumschlagen. Ich bin der Beste. Da hinten war's. Okay, noch einmal. Stopp, 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 stopp. Ah, wie ich das schon schön mache, ne? Oh. Ja, super. Hallo, Lebensenergie-Aufwertung. Eins nach dem anderen. Oh Gott. Ja. Herrlich. Warum? Hat das nicht funktioniert? Ach ja. Dennis war dran schuld. Ja, der war's. Der hat sich gedacht, Mensch. Kann er mich mal wieder nerven. War schon klar. Nein. An dem hat's nicht gelegen. Ist doch ein Freund von mir. Nun gut. Müssen wir halt doch noch mal durch diese Bitches durch, oder? Das gibt's doch net. Euch haben sie doch extra so gemacht für uns. Soll euch Satan holen. Haben wir's gemischt? Na, also, das ist das letzte Mal. Und du ruderst gefälligst. Kriege ich hier die Größe? Willi ging's ja erst, wenn man hier die vier Steine an ihren Platz gebracht haben, oder so. Kann ich jetzt nicht mehr so ganz feststellen. 100 Prozent. Aber Hauptsache, wir haben das schon. Das sollte eigentlich nicht fehlen. Lebensenergie ist schon sehr, sehr wichtig. Noch eins. Okay, doki. Kommt mal her. Nomm, 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 nomm. Und? Ihr habt die maximale Gesundheit erreicht. Das ist gut, Herr. Von toten Meistern bekomme ich Ausschlag. Höh, ha, ha, ha.